Orbit Jenseits des Blaus Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seit die Menschheit offiziell entdeckt hat, was unsere Existenz ermöglicht. Am 4. Juli 2012 gaben Wissenschaftler die Beobachtung des Higgs-Bosons bekannt, des schwer fassbaren Teilchens, das fast allen anderen Teilchen ihre Masse verleiht und damit den Grundstein für die Materie legt, die uns und alles, was wir um uns herum im Universum sehen, bildet. Als Lehrerin würde ich sagen, glaube ich, wir haben es. Um nach winzigen, unentdeckten Teilchen zu suchen, greifen Wissenschaftler auf Beschleuniger zurück. Die Grundidee ist, dass, wenn man Teilchen mit genügend Kraft zusammenschmettert, sie in die kleinsten Stücke zerfallen, aus denen das Universum besteht. Um das Higgs-Boson zu finden, war der Large Hadron Collider erforderlich, der leistungsstärkste jemals gebaute Teilchenbeschleuniger, der sich über 18 Meilen über die französisch-schweizerische Grenze erstreckt. Das Fazit ist, dass die Entdeckung des Higgs-Bosons am Large Hadron Collider des CERN im Jahr 2012 einen bedeutenden Meilenstein in der Teilchenphysik darstellte. Seitdem untersuchen Wissenschaftler intensiv die Eigenschaften dieses einzigartigen Teilchens und versuchen herauszufinden, auf welche unterschiedliche Weise es entsteht und in andere Teilchen zerfällt. Bei einem spannenden Durchbruch am LHC des CERN haben Wissenschaftler eine unglaubliche Entdeckung gemacht, die unser Verständnis der Teilchenphysik revolutionieren könnte. Physiker sind ein bisschen wie Köche, aber sie versuchen, das Rezept für das Universum herauszufinden. Dieses Rezept wäre eine mathematische Gleichung. Und anstatt es in einer Küche zu testen, nutzen Forscher riesige unterirdische Tunnel wie den Large Hadron Collider. Der Zweck dieser stark magnetisierten und sehr kalten Tunnel besteht darin, die Bedingungen zu kopieren, die bei der Geburt des Universums herrschten. Damals bewegten sich hochenergetische Teilchen mit enormer Geschwindigkeit und kollidierten miteinander. Es ist die Masse, die die Existenz unseres Universums, unserer gesamten materiellen Welt, ermöglicht. Aber bis vor kurzem war sich niemand wirklich sicher, wie man die Masse erklärt. Oder wie erklärt man, warum verschiedene Teilchen unterschiedliche Maßen haben? Das bedeutete, dass auch niemand die große Vielfalt des Universums wirklich erklären konnte. Aber jetzt, da sie wissen, dass das Higgs-Boson real ist, können Physiker endlich erklären, warum Masse existiert. Das Higgs-Boson hat eines der größten Geheimnisse aller Zeiten gelüftet. Es zeigt uns, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Das Verständnis der Eigenschaften des Gottesdurchens unter verschiedenen Arten, wie es in andere Teilchen zerfällt, ist entscheidend für die Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums. Diese neue Entdeckung könnte einen Beweis für die Existenz von Teilchen liefern, die über die vom Standardmodell der Teilchenphysik vorhergesagten hinausgehen. Für Physiker ist der Zerfall von Teilchen ein Ereignis, das immer wieder vorkommt, aber die Anzeichen seines Vorbeigehens, insbesondere des Zerfalls eines Higgs-Bosons, zu erkennen, ist sehr selten, etwa ein Ereignis unter 1000. Wissenschaftler am CERN haben bestätigt, dass Higgs in ein Z-Boson zerfällt. Bosonen sind eine Klasse von Elementartischen, die für viele der Kräfte und Teilchen verantwortlich sind, aus denen das Universum besteht, darunter Licht, Bironen sowie die Protonen und Elektronen, aus denen die Materie besteht, die wir um uns herum sehen. Einige Bosonen sind besser verstanden als andere, und obwohl einige bereits beobachtet wurden, könnte es noch mehr zu entdecken geben. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam, sie sind krafttragende Teilchen und daher für die Vermittlung der fundamentalen Kräfte in der Natur verantwortlich, die die gesamte Materie im Universum zusammenfügen, sowie für die Vermittlung wichtiger Kernreaktionen, die das Universum entstehen lassen leben. Wissenschaftler nutzen den LHC, um theoretische Vorhersagen im Zusammenhang mit dem Standardmodell, zu testen. Das Standardmodell ist eines der kritischsten und umfassendsten Ziele, die Wissenschaftler am LHC untersuchen. Als Theorie von allem beschreibt das Standardmodell alle bekannten Kräfte und Teilchen im Universum, wobei der Schwerpunkt auf bekannt liegt. Obwohl das Standardmodell fast alle Ergebnisse der Teilchenphysik erklären kann, bleiben einige Fragen unbeantwortet, wie zum Beispiel, was ist dunkle Energie? Oder was ist dunkle Materie? Warum gibt es mehr Materie als Antimaterie? Der LHC soll bei der Beantwortung solcher Fragen helfen. Wissenschaftler glauben, dass dies ein Beweis dafür sein könnte, dass eine neue mysteriöse Kraft auf diese Teilchen einwirkt. Die fünfte Kraft Bisher sind sich Wissenschaftler der vier grundlegenden Kräfte bewusst, die im Universum wirken, der starken Kraft, der schwachen Kraft, der elektromagnetischen Kraft und der Gravitationskraft. Die endgültige Entdeckung eines fünften könnte die Teilchenphysik und das Standardmodell völlig zerstören. Die LHC-Experimentatoren hoffen auch, tiefer in andere Geheimnisse der Teilchenphysik vorzudringen, darunter die Teilchen, aus denen die dunkle Materie besteht, und auch Geisterteilchen. Letztes Jahr hatte der LHC nach seiner Wiederinbetriebnahme auch das schwer fassbare Großteilchen entdeckt. Geisterteilchen oder Neutrinos sind aufgrund ihrer schwer fassbaren Natur subatomare Teilchen, die Elektronen ähneln und keine elektrische Ladung haben. Neutrinos entstehen im Herzen von Sternen durch Kernfusion und gelten als eines der am weitesten verbreiteten Teilchen im gesamten Universum. Sie haben eine so geringe Masse, dass man lange Zeit glaubte, sie hätten überhaupt keine Masse. Sie wurden zum ersten Mal im Teilchenbeschleuniger LHC im Jahr 2021 gesehen. Es galt als großer Fortschritt in der Physik, da es eine Welt subatomare Geheimnisse eröffnete. Dieser bedeutende Durchbruch ist ein Schritt hin zur Entwicklung eines tieferen Verständnisses dieser schwer fassbaren Teilchen und der Rolle, die sie im Universum spielen. Pro Sekunde passieren etwa 100 Milliarden Neutrinos jeden Quadratzentimeter des menschlichen Körpers. Da Neutrinos jedoch nur sehr wenig Wechselwirkung mit Materie haben und aufgrund ihrer fehlenden Ladung und winzigen Masse, waren sie in Teilchenbeschleunigern äußerst schwer zu entdecken. Somit war der Nachweis von Neutrinos am LHC ein bedeutender Schritt zur Erforschung dieser schwer fassbaren Geisterteilchen. Neben der Erforschung dieser neuen Erkenntnisse befassten sich LHC-Experimentatoren auch eingehender mit anderen Geheimnissen, darunter den Teilchen, aus denen die dunkle Materie besteht, der Theorie der Supersymmetrie und Aktionen, nur einige zu nennen. Die Physiker hofften, dass diese Wiederaufnahme der Kolide-Experimente es ihnen ermöglichen würde, die noch offenen Fragen zum Universum zu beantworten. Sie erhoffen sich neue Entdeckungen und Fortschritte in der kosmologischen Forschung. Die Entdeckung von Geisterteilchen und der Zerfall des Higgs-Bosons waren bedeutende Meilensteine bei der Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Universums und seiner Funktionsweise. Die Entdeckung von Geisterteilchen und der Zerfall des Higgs-Bosons waren bedeutende Meilensteine bei der Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Universums und der Zerfall des Higgs-Bosons und der Zerfall des Higgs-Bosons waren.